Modest ist eine reiche Familie, einfache Leute. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass uns was fehlte. Und wie kam das dann, dass Sie plötzlich als Kleinste, Jüngste, also Sie waren, Ihre Schwester ist wie viel älter als Sie? Vier. Vier Jahre. Und die Brüder sind relativ älter. Dann auch vier Jahre der Erste und dann sind sie ziemlich nah. Also zwischen meinem ältesten Bruder und ich selbst fast 20 Jahre. Ja, Unterschied. Und Sie plötzlich, die Kleinste, fängt an zu singen. Die kommt mir an Blattenspieler geschenkt. Dann plötzlich, ja, die Musik, das war für mich wie ein Spiel zuerst. Danach war es mehr so, um sich auszutoben. Und dann wurde es eine Leidenschaft halt. Und das brach auch meine Mutter ein bisschen raus aus ihrem Leben, wo sie immer zu Hause war. Und für die Kinder da waren. Das Gefühl halt meiner Brüder und damit sie auch ein bisschen was anderes sieht. Und so in die Stadt.